Herzlich Willkommen, wir stehen hier vor dem Freiderer DST Express Programm. DST Express bedeutet die Kombination aus Verfügbarkeit, aus Lager und aber aus Design. Sie sehen hier eine Auswahl an Bindedekoren, rübergehend zu den Themenbereichen nordischer Hölzer, natürlicher Hölzer, aber ebenso traditionelle wie klassische Kühlschwölzer und Köln in Schwarz bis hin zu funktionellen Produkten, die sehen wir hier in der Ecke, mit Oberflächen im Hochglanz, mit lagierten Oberflächen und auch mit Anti-Fingerprint. Alles in der steilenden Kühlbarkeit beim Freiderer DST Express erhältlich.